So, hallo ihr Lieben, das ist jetzt schon mal der Padrapoch, bzw. Coach, Hamburg, Berlin. Und Murnau, mein neues Buch, ist richtig gut geworden. Okay, und am 1.5. geht wieder neben meinem üblichen Programm, Datingkurse, Beziehungs-Kurzbindungs-Verlust-Tanks, Selbstliebe-Challenge los und die Manifestations-Challenge. So, eine Frage von Anna Treffkula. Hallo Christian, schön, dass es dich gibt. Vielen Dank. Ich bin über die Bücher und den Podcast von Stefanie Stahl von der Seite gekommen. Gruß geht raus, an die liebe Steffi. Für mich die perfekte Ergänzung. Mit jedem Video und Kurs erfahre ich nach und nach, was alles in mir steckt und auch das Nicht-so-Gute. Ich bin Mitte 50, hatte eine 14-jährige Beziehung, in der ich sehr eifersüchtig und verlustängstlich war und die Trennung mit dem Boden unter den Füßen weggezogen hatte. Vor 20 Jahren. Wow. Okay. Also bist du jetzt so langes Single schon? Dem folgten einige ja Therapie und Aufarbeitung der Vergangenheit. Meine Glaubenssätze sind, ich bin nicht so okay, wie ich bin und keiner will mich. Ja, gerade für Dating ist dieser Glaubenssatz, ich bin die geilste Cola am Automaten, super hilfreich. Also einfach davon auszugehen, jeder will mich, jeder will mich. Das ist wirklich schwierig zu daten, wenn man so ein Glaubenssatz hat. Keiner will mich. Ich sage immer so, fake it until you make it. Also kann ich auf jeden Fall sagen, dass es in meinem Leben sehr geholfen hat, einfach immer sich das immer wieder einzureden. Ich bin der geilste Typ, die geilste Sau und hilft sehr beim Dating. Als viertes Kind das nicht mehr gewollt war und wenn, dann als Junge. Somit war die Enttäuschung schlechthin. Mein Vater wollte mich anfangs nicht sehen. Ja, also ich bin ja, da gibt es tatsächlich auch ein bisschen Unterschiede. Deswegen ist es, glaube ich, eine gute Ergänzung, die Arbeit von Steffi und mir, weil ich nicht so Fokus lege auf die Vergangenheit. Ich bin wirklich ein Mann der Zukunft. Klar kommen wir irgendwo her und sollte man sich damit auch mal befassen und einfach mal die Verbindungen ziehen, aber dann wirklich stumpf nach vorne gucken, weil ja, alle Eltern, kein Elternteil ist perfekt. Die Eltern von deinen Eltern waren bestimmt noch schwieriger. Und schon anerkennen, auch innere Kindarbeit machen, machst du ja auch oder hast du auch. Aber dann wirklich zack, zack, zack nach vorne. So was, wo will ich jetzt hin? Was sind die Ziele? Was sind die Ziele? Was ist das nächste Ziel? Wie komme ich da hin? Welchem Schritt komme ich da hin? Ah, ich will daten. Was muss ich dann machen? Wie komme ich besser rüber? Welche Verhaltensweise hilft mir beim Dating? Und so weiter. Immer nach vorne gucken. Mein Leben lang habe ich mich um die Liebe meines Vaters bemüht, bis kurz vor seinem Tod, vor ein paar Jahren, ich in Liebe Frieden mit ihm geschlossen habe. Oh, das ist so viel wert, vom Toten auf Frieden zu schließen. Also ich glaube, das, ja, also das freut mich total, dass du das geschafft hast. Und dann hast du ja auch ein paar Gestalten geschlossen, vielleicht in dir, sag ich mal. Also so Gedanken, psychische Gestalten im Sinne von Gestalt-Therapie. Ja. Es folgten mehrere Versuche, einen Partner zu finden, doch die lieben Guten wollte ich nicht. Das ist jeweils das gleiche Problem. Und habe dann aus Angst, allein zu sein, online gedatet und einen Mann kennengelernt. War von Anfang an kompliziert. Ja, ich habe ja neulich, bin jetzt auch auf TikTok, habe ich mal so einen TikTok gemacht, wo ich auch gesagt habe, liebe Frauen, guckt doch mal in eure Friends zu holen, wenn ihr nach einem Sicherheitspartner sucht, ob da nicht jemand ist. Das ist das Kunststück bei der Umprogrammierung des Liebeschips. Nicht mehr in toxische, Anführungsstrichen, narzisstische Beziehungen zu gehen. Also diese ganze Dynamik, Täter-Opfer-Beziehungen, bla bla bla. Auch das steht in erstaunlich viel darüber drin, soll man gar nicht meinen. Und aber auch nicht aufs andere Extrem zu gehen, diese langweiligen Beziehungen so. Und das ist die Kunst. Da diesen Zwischenraum zu finden. Hat mir damals schon so ein Ohrgestein in den USA, mit der ich mal gearbeitet habe. Die, ich komme gerade nicht auf den Namen. Na egal, die hat mir das schon mal gesagt, dass für so Ex-Liebessüchtige sind, sowohl narzisstische Partner, Anführungsstrichen narzisstisch, als auch zu abhängige Partner-Gift. Beides, ne? Und da jemanden zu finden, der in der Mitte ist? Ja. Heute weiß ich, dass es Lovebombing war. Und nach zwei Monaten hatte ich einen Heiratsantrag, den ich erst angenommen habe und am nächsten Tag zurückgerudert bin. Okay. Ja, das ist ja auch nicht so gesund, ne? Kommt vor, sowas, wenn man verliebt ist. Aber naja, also es heißt gesund. Es ist nicht sehr durchdacht. Ich fühlte mich nicht gut dabei, aber es tat gut, endlich mal so gewollt zu sein, verwöhnt zu werden. Doch irgendwie traute ich mich nicht, ganz einzulassen. Er machte viele Vorschläge des gemeinsamen Wohnens. Ich lehnte alles ab, obwohl ich mir es so gewünscht habe und heute gern hätte. Ich habe einfach immer Angst, mich hundertprozentig einzulassen. Es folgte eine Phase mit schönen Reisen und er hat mich sehr verwöhnt, was ich sehr genossen habe. Doch fühlte ich mich auch manipuliert und immer gedrängt, seine Erwartungen zu erfüllen, hatte immer die Angst, komplett abhängig vereinnahmt zu werden. Ja, das hört sich so an wie so ein Pluspol. Und wenn man mal so einen unaufgelösten Pluspol datet, dann sieht man eben auch, dass es eben nicht nur liebe Metal Menschen sind, sondern dass die einen auch auslutschen können, nerven können mit dieser Abhängigkeit. Es sind nämlich nicht immer nur Narzissen, 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 die schwierig sind, auch diese abhängigen Menschen oder Menschen, die sehr stark so People-Pleaser sind, können unheimlich anstrengend sein, weil sie sind immer zu eng dran. Und das ist gerade, wenn der Mann so ist, ist das häufig absoluter Killer für die Emotionen der Frau. Also bis zu dem Punkt muss man noch nicht mal sagen, dass die Frau dann unbedingt bindungsängstlich ist. Ein Mann, der sich so nidig verhält, ist ein totaler Abtörner für jede Frau, falls das jetzt hier so der Fall ist. Es folgt eine On-Off-Phasen. Ja, On-Off heißt nicht kompatibel. Ich sag's gern nochmal, wie in ungefähr 1732 Videos. Wenn On-Off ist, müsst ihr nicht mehr suchen. Das heißt einfach, eure Bindungsstile sind nicht kompatibel. Das ist ganz einfach. Ich weiß noch gar nicht, warum das, wie gesagt, wo doch immer so viel Material und Begriff übernommen werden von meinem Kanal und von wo auch immer. Da wird wenig drüber gesprochen. Dabei ist das so einfach. On-Off ist nicht kompatibel. Fertig. Sicherlich nicht, wenn es mal eine On-Off-Phase ist, aber naja. Heftig Auseinandersetzungen streißt das ganze Programm. In der On-Off-Phase habe ich beim Sport einen Mann kennengelernt und gehofft, es würde die Lösung geben. Du musst halt da erstmal an deinem Liebeschip arbeiten. Liebeschip-Arbeit ist nicht das gleiche wie in deinem Kind. Arbeit, ne. Mach die fucking Kurse. Ich weiß jetzt nicht, was du da schon hast. Fangen bei eins an. Und nicht umsonst ist eins um Programme des Liebeschips. Ist zwei Vertiefungen, nice geiles Leben. Ist drei Selbstliebe arbeiten. Ist vier an der eigenen Bindungsangst arbeiten. Und dann gibt es ja noch, auch nicht umsonst, habe ich drei Bindungsangstkurse, weil ganz viele, selbst die verlustängstlich sind, haben auch ein Problem mit Bindungsangst. Ich meine, das arbeitet Steffi auch schon aus. Doch, er wäre das ganze Gegenteil. Verhält sich überangepasst und Konfliktscheu. Er macht alles aus Angst, mich zu verlieren. Null Standards. Ach, ich dachte, der erste wäre jetzt auch schon so plusfolig gewesen. Habe ich jetzt so verstanden. Okay. Vielleicht war es auch so. Okay. Ja, auf jeden Fall ist das nach wie vor sehr abtörend. Ich bin daraufhin so schlimm getriggert, dass ich mich unmöglich, dass ich mich unmöglich und fast schon narzisstisch verhalte, reagiere auf Kleinigkeiten, mega wütend und überangepasst. Darauf folgt plötzlich ein Gefühlstod. Also, ganz unabhängig vom Liebeschip, also das ist auch Konsens, sag ich mal, in der Szene, in der ich mich auf jeden Fall bewege, dass, wenn du eine Frau dazu bringen willst, dass sie keine Gefühle mehr hat, dann ist das nicht dadurch, dass du dich nicht mehr meldest oder so, sondern dass du dich dadurch zu viel meldest, zu viel präsent bist, überangepasst bist, Null Standards, ist halt nicht in der Polarität. Also, da musst du noch nicht mal ein Liebeschip-Problem haben. Und wenn ich, ich sage es jetzt mal heute aus Sicht der Polarität, wenn der Mann nicht in der Polarität ist, kann die Frau auch nicht in der Polarität sein. Was passiert, wenn die Frau nicht in der Polarität ist? Sie wird, sorry, wenn ich die Begriffe jetzt mal benutze, bitchy, grumpy, genervt, schnippisch. Da müssen wir noch nicht mal auf Liebeschip-Themen zurückgreifen, die es natürlich noch zusätzlich geben kann. Dabei spürte ich eine Sehnsucht nach dem Ex-Partner und gab einer Kontakt auf seine Arme seinerseits nach. Nee. Was ist die erste Liebeschip-Regel? Außer keinen Kontakt und keine Formation bei Liebeskummer. Eigene Spielfläche sauber halten, Leute. Das müsst ihr machen. Sonst sagen zu Recht eure ganzen Partner, ey, was machst du denn hier, ey? Fucking Dreieck. Ey, was ist mit dir los? Du bist die, du bist die Schlimme, du bist die Täterin. Haltet eure Spielfläche sauber. Wie solltet ihr sonst rauskriegen, wo ihr steht? Wieso mal sonst dich selber kennenlernen? Also wenn du solche Sachen machst, natürlich fragst du dich dann, boah, ich mache hier sogar ein Dreieck und was ist denn eigentlich mit mir los? Also, zu Recht und äh, nein, ich habe jetzt auch kein Wort drauf, aber wenn du das nicht machen würdest, kannst du viel stabileren Blick auf dich wenden, ne? Mit dem Wissen, dass es nicht gut ist und alles so komplizierter macht. Es ging mir nicht gut damit, lag nachts wach und wusste nicht, was ich machen soll. Um mir Klarheit zu verschaffen, wollte ich eine Auszeit nehmen. Ja, das ist natürlich eine gute Idee. Dann nimm dir eine Auszeit und dann kannst du auch daten, wenn du willst, ne? Dann kannst du, natürlich ist das oft kompliziert in der Liebe, ne? Auf Pilgerreise gehen, doch da kam ein Unfall verzwischen. Oh, das tut mir leid, dann soll es wohl nicht sein. Und nur mit viel Glück bin ich körperlich gesund und unversehrt, aber mental umso mehr angeschlagen. Glaube daran, dass nichts ohne Grund passiert und seinen Sinn hat. Ja, machst du trotzdem eine Auszeit? Vielleicht war das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für eine Pilgerreise, aber machst du trotzdem eine Auszeit? Auf gar keinen Fall Paralleldaten, diese beiden Männer oder irgendwie Dreiecke konstruieren. Und ja, aber vielleicht mal, wenn du es noch nicht hast, Modul 1, versuch mal deinen Liebeschip rauszukriegen und dass du da so ein Gefühl dafür kriegst, wo ist jemand vielleicht zu minuspolig und ist vielleicht aber in seiner Polarität und bin nicht heiß, aber es klappt aus den Gründen nicht und wo ist jemand zu pluspolig, zu needy und nicht in seiner Polarität und reibt mich dann auch komplett auf und halt deine Spielfläche sauber während der Zeit. der richtige Partner fühlt sich vielleicht erstmal komisch an für dich. Deswegen jetzt, also was du finden willst, ist dieses Einhorn, nämlich ein Mann, der in seiner Polarität ist, seine Eier am richtigen Platz hat oder sagen wir mal einen geraden Rücken macht und trotzdem nett ist. Das ist für dich, was du finden musst und musst immer wieder überlegen, was liegt jetzt an meinem Match, weil wenn das Match nicht passt, kommst du auch nicht weiter. Ich habe auch noch einen Artikel dazu gemacht heute. Und was liegt daran, wenn jemand wirklich nett ist und attraktiv ist und alles und du trotzdem irgendwie scheiße baust, was liegt daran, dass dir sichere Beziehungen vielleicht noch, kann man sich ja auch ändern, zu langweilig sind. Und du suchst vielleicht, ich melde es jetzt kurz, zu viel Drama suchst. Einfach mal ein paar Gedanken, Anreize und ja, Liebe Schiff und in das Kind ist nicht das Gleiche. Das ist normal. Auch wenn es natürlich viel Überschnitt hat. In diesem Sinne, sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.